hier ein kleines video von flora florida und akamu ist natürlich ein schlechtes trio die alles sehr ängstlich sind und man kommt nicht daran also wenn ich um den um das häuschen rum gehe dann ich krieg sie maximal so das ist mehr kriege ich nicht von den schwarzen hunden die in bewegung sind und sich dann noch von mir fürchten ist natürlich nicht ideal eines ein bisschen mutiger ich weiß nicht welcher das ist ja das ist alles was ich von ihnen kriege